Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Taze und yo, auf jeden Fall, heute werde ich mal den Dr. Scheinox vom Bahnhof aufholen, vielleicht mit Mofit auf jeden Fall, weil dieses Wochenende ist mein Geburtstag am Sonntag und ja, genau, ich hole ihn jetzt am Freitag ab, dann pennt er einmal bei mir und dann von Samstag zu Sonntag pennt er halt nochmal bei mir, weil wir da rein feiern und so, wird auf jeden Fall mega nice, ich habe ein paar Leute eingeladen und so und ihr werdet dann auf jeden Fall auch ein paar Ausschnitte sehen, sollte ich sagen, oder? Sollte ich sagen, hoch rein, bitte, bis dann. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Taze und ja, heute mal wieder herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog hier auf dem Kanal und ja, ich hol jetzt schnell einen Kumpel ab von der Bahn, weil ich hab morgen Geburtstag und da feiern wir rein und so, wird mega nice auf jeden Fall und den hol ich jetzt schnell ab und soll ich sagen, bis später. Jo Leute, auf jeden Fall, wir kennen die Alikopter, scheinbar, der liegt auf jeden Fall, gerade auf dem Sofa und dann, wie pregnant. Ich bin's wieder, ich bin's wieder, ich bin's wieder. Jo Leute, ich bin's wieder, ich bin's wieder. Wo denn? Wo denn? Da ist ein Insel Da ist ein Punkt Yo Leute Heute ist heute der nächste Tag Heute habe ich hier Wurz da Ja Auf jeden Fall Ich denke ihr werdet das Video erst am 29. oder 30. so sehen Hier Kann ich euch immer zeigen dass wir alles so weggemacht haben und so So Brauer oder? Brauer Na ja Egal auf jeden Fall Die Megaherstelle Die haben wir heute so gefeiert Ja Ich wusste schon alles zusammengeräumt Ja Auf jeden Fall Richtig rough mit den Boys und so Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht Hat mich auch mega gefreut dass die alle gehörten sind Ja Genau Ich habe die Geschenke eigentlich die Geschenke eigentlich nicht so und was sie mir halt so geschenkt haben und so Ich habe einfach interessiert dass sie gekommen sind und so Auch wenn manche Ausnahmsfälle nicht gekommen sind Aber dazu sage ich jetzt mal nichts Jo Es könnte auch sein dass sie mich grad nicht so gut verstehen wie ich bin Ich denke würde eigentlich mal gehen Ja auf jeden Fall Äh Ja War einfach mega nice Jo Leute Ich fühl's euch auf der Taze und ja da ist hier der Dr. Scheiner und ja genau Da ist Moritz Ich habe mich grad erstmal hier wie ihr seht zum Bahnhof gefahren weil der wohnt hier in Erfurt und wir sind gleich die Eibe Und Leider Ja leider Ja war jetzt das ganze was meine bei mir Auf jeden Fall schön Ja Und Ich verlinke ihn euch auch mal einfach mal in der Videobeschreibung dann könnt ihr mal bei euch vorbeischauen Es wäre nett Ja genau Es ist ein echt direkter Kumpel Macht ihnen einfach mal die 50 Abonnenten toll Die hatte ja bald 7.37 Jo Jo Ja genau Und Ja ich habe heute Geburtstag und deswegen haben wir gestern reingefeiert und so Und ja Da kommt jetzt auch den ganz liebsten Da werde ich gleich mal verarschieren und dann machen wir das jetzt mal zusammen hier Ja Okay Jo Und dann würde ich noch sagen Dank für den Schenke Danke Und dann noch das große Haut rein Leute Bis zum nächsten Mal Und Ciao